Oh mein Gott, Kurve. Sehr schön, aber die Map ist echt, also die Map gefällt mir echt gut. Eberlinensee war ja schon eine gute Map. Aber die gefällt mir auch ganz gut. So. So, okay. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ah, nach rechts. Okay. Gut, das hätte ich glaube, ich muss dann fahren, wenn das Ding nach rechts zeigt. Okay. So, sehr gut. Sind alle drin? Ja, wir sind noch ein bisschen was zu spät. Jetzt geht die Dingens nach rechts an. Okay. Oh, oh, zum Glück. Okay. Hupsala. Gut. Sehr, sehr gut. So. Sehr, sehr gut. Okay, gefällt mir alles. Sehr gut. Also die Map sieht echt gut aus. Meine Fresse, ey. Muss man den Entwickler mal wieder lassen. Es ist mittlerweile richtig hochqualitativ. So. Dafür, dass das alles kostenlos ist. Okay. Wie viele Spiele hast du? Auf Steam 74. Dazu kommen dann noch so ein paar andere, die nicht bei Steam sind. Aber 74 sind es momentan bei Steam. Ja, ich weiß. Okay. So. Sehr gut. Da fährt hier so ein lästiges Taxi durch. Maximilianstraße. Ah, fuck. Ich habe mich jetzt wieder verdrückt. Okay, das ist natürlich cool, dass die hier auch mal stehen bleiben. Das ist schon cool. Okay. Wirst du den Lotus spielen? Yep. Achte mal mehr auf den Chat. Entschuldigung, ich muss mich hier konzentrieren. So. So. Wie lange streamst du noch? Noch 45 Minuten oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. Wir gucken mal, wie gut wir hier vorwärts kommen. So. Ich glaube, ich muss auch langsam noch mal so eine Teamspeak-Runde oder sowas machen. Dass man mal Leute reinbekommt, die mit einem sprechen. Das ist nicht eine super Idee. Okay. Wir machen uns die Welt. Welcher Bus ist dein Lieblingsbus? Da fragt er schon wieder. So. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ey, ey, aufmachen. Okay. Irgendwie ging es nicht zu. So. So. Ich frage so oft, bis du antwortest. Das nennt man Spam übrigens. Äh, so. Was ist dein Lieblingsbus? Ich mag den Van Hul AGG 300 so gerne. Aber ich weiß nicht. Ich fahre auch mit den Zitaros ganz gerne. Deswegen, äh, ja. So. Äh, mach doch ne Teamspeak-Runde. Ja, nee, später. Aber den Teamspeak kommt, wenn er ein Ausrufezeichen TS eingibt. Dann bekommt er die Teamspeak-IP. So. Wo sind wir denn hier? Nächster halt. Margarit. Hupsala. Hupsala. So. Sehr gut. Jetzt. Wer ist dieser Nightbot? Der ist voll komisch. Das ist ein, äh, Computer. Das ist keine Person. Hm. Keine Person. Das ist ein Computer, der euch da, äh, was erzählt. So. Nächster halt. Wilhelm. Wilhelm Haufstraße. Hupsala. Meine Fresse. Ist ja wieder ruckelig heute. Hupsala. So. Alter Falter, ey. Heute ist es ja wieder schlimm. Okay. Ich schalte mal gerade um. Ja, komm schon. Ja, komm. Fick dich um sie. Fick dich. Ich kann so nicht arbeiten. Mal gucken, ob er noch mal wieder ans Leben kommt. Ich hoffe ja immer noch. Hi. Er lebt noch. Weiche Übergänge aus. Nee. Äh. Kopfbewegung des Fahrers ausschalten. Ja. Okay. Zurück zum Spiel. Und. Hi. Sehr schön. Wie viel kostet der Döner bei euch? 4 Euro. 4 Euro. Ja. Warum weiß ich sowas? Okay. Gut. Ich überlege gerade, wenn so eine Straßenbahn durch die Blitze fährt, wird die dann auch geblitzt? Das wäre irgendwie voll lustig. Ich weiß auch nicht warum. So. Dein TS ist gerade down gegangen. Was? DDoS auf keinen Fall. Dann macht Marco wieder irgendeinen Blödsinn. Okay. 10 Minuten Verstätung. Was ist denn da los? Was habe ich falsch getan? Was habe ich falsch getan? Was habe ich falsch gemacht? Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich darf das. Schwammsetup. Ah. Okay. Heute noch in London zu fahren? Ist London schon draußen? Habe ich da was verpasst? Ups. Aufnahme starten. Ja, habe ich ja. Was ist hier? Irgendein Video. Äh, warte mal gerade. Patchnotes Omsi? Ne, ich hätte gerne... Ich würde gerne zu Omsi. Warte mal gerade. Äh... Omsi. Ähm... London. London. London ist noch nicht drin. Hm, schade. So. Hinter uns hängt schon ein Bus. Rot. So. Mmh. Rot. Jetzt. Jetzt. Sehr gut. Ach komm, da kommt auch der Kulisch. Milchberg. Milchberg. Na, ich bin zu schnell gefahren. Ernsthaft. So. Sehr gut. Ich soll mal vielleicht ein bisschen was durchfahren, damit man auch Tram hinten reinpasst. Alter, der Bus fährt mir hinterher? Was geht hier mit dem falsch? Das ist ja voll creepy, Alter. Äh... Oh, ich darf fahren. Da fährt hier so ein Bus hinterher. Hm. Komisch. Na, ich könnte aber auch mal ein bisschen Abstand halten. So. Ja. 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 Das habe ich. Oh, ne. Ich dachte, es geht jetzt grün. Schade. Okay. Warum geht meine Verspätung immer weiter hoch? Voll komisch. Warum geht meine Verspätung immer hoch? Ich verstehe es nicht. Alter. Nervt doch nicht. Wo ist die Überbrückung? So. Meine Fresse. Da hindert der einen einfach da dran, schneller als 50 zu fahren. Oh Gottchen. So. 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 Jetzt lesen, denn lesen bildet. Ah, ja. Eine super Werbung. Nicht. Okay. Bams. Und weiter geht's. Da klebt immer noch so ein Bus hinter mir. Was will der? Ja. Okay. 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 Da war rot. Das hätte ich eh nicht mehr geschafft zu bremsen. Fuck it. Okay. So. Was haben wir denn hier? Am Eiskanal. Komm, einsteigen. Okay. Da hinten kommt der Bus wieder angekracht. Ach, der Robert. Guten Tag. Da muss ich mich jetzt nicht mehr um die kleinen Idioten hier kümmern. Okay. Du bist ja auch mal mit einem Bus über die Schienen gefahren. Folge 687. Warum weißt du dir sowas? Warum solltet ihr das hinter dir nicht dürfen? Weil ich das gemacht habe und er das nicht darf. So. Okay. Damit hat sich gerade einer für immer verabschiedet. Tschüsschen. Also, hier ist es ja Atlantic Home. So. Okay.